Ja Leute, was geht da? Wir kommen jetzt zu einem neuen Video und wir werfen mal einmal eine Mikrowelle. Ich habe gerade überhaupt keine Hobbys. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Hobbys habt. Hier ist eine kleine Mikrowelle. Man schiebt die an der Spektorze hier, man hält die dort. Oder vielleicht auch hier. Und dann man nimmt die hoch und dann... Man wirft die runter. Und Leute, schaut mal hier rein. Digger, schaut mal kaputt die hier echt. Und jetzt nochmal. Wie geil. Und nochmal hier drauf. Geil Leute. Also macht dich nicht die Auto nach. Wir gehen uns im nächsten Video. Haut rein Leute. Ciao.